Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 11. Dezember 2020. Feuerjunge hat sich an der beliebten Insel Herausforderung versucht. Dieses Mal ging es darum, folgende Frage zu klären, wie weit kann man sein Gesicht dehnen? Feuerjunge ließ die Sorgen des Publikums an sich ablernen und stellte sich der Herausforderung. Nach einem erfolgreichen Start kam Feuerjunge bis auf 2,5 Zentimeter an den Weltrekord heran. Musste dann aber doch aufgeben. Die Herausforderung konnte also nicht gemeistert werden. Dieser Test ist hochgefährlich, macht ihn also zu Hause bitte nicht nach. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das ist doch mal eine lehrreiche Meldung. Ich sollte mir das Lachen vergleichen? Danke fürs Zuschauen. Ich bin WM-Dokuro. Der 11. Dezember war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.